Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es war dreigeteilt heute. Bevor wir aber zum aktuellen Wetter und den nächsten Tagen kommen, schauen wir erst mal kurz zurück auf den September. Der brachte ziemlich durchschnittliche Temperaturen. Unterschiede gab es dann bei den Regenmengen und der Sonnenscheindauer. Hamburg 129 Stunden, da gab es etwas weniger Sonne als im Süden. Hier waren es 89%. 72 Liter Regen pro Quadratmeter, damit 106% dessen, was man sonst so im September erwarten darf. Also das ist noch fast im Durchschnitt. In Konstanz 161 Stunden Sonnenschein, genau im Durchschnitt. 77 Liter pro Quadratmeter, da haben wir sogar eine Punktlandung geschafft. Das sind 100% dessen, was man normalerweise im September erwarten kann. Jetzt kommen wir zum aktuellen. Der Oktober hat zumindest in der Mitte Deutschlands freundlich und golden angefangen. Sie sehen kaum Wolkenfelder hier. Rheinland-Pfalz, aber auch das Saarland, Nordrhein-Westfalen, rüber bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Nach Süden hin dichte Wolkenfelder. Und aus Norden nähern sich jetzt auch schon wieder kompakte Wolken. Das sind die einer Kaltfront und die wird uns dann morgen beschäftigen. Heute gab es noch mal viel Sonne. Beckum 10 Stunden, 45 Minuten. In Aschersleben wurde es warm mit 21,2 Grad. Dort, wo die Sonne schien, wurde es insgesamt recht angenehm mit 18 bis 20 Grad. Jetzt kommt die Kaltfront. Die wird nicht allzu viel Regen bringen. Und so richtig kalt wird es dahinter auch nicht. Aber es folgen neue Wolkenfelder. Sie sehen, da wartet so einiges auf dem Atlantik. Und das bedeutet in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter. Und dann ab Donnerstag kommt auch definitiv kalte Luft zu uns. In der Nacht haben wir das erste Mal mit dichteren Wolken im Nordwesten zu tun. Hier kann es auch ab und zu regnen. Auch direkt am Alpenrand ist es gelegentlich nass. Sonst ist der Himmel nur locker bewölkt. Es bildet sich hier und da Nebel, insbesondere wo Wasser in der Nähe ist. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf 11 bis 5 Grad. Morgen Vormittag Sonnenschein. Dichtere Wolken immer noch im äußersten Süden und Südosten Bayerns. Von Nordwesten her kommt dann die Kaltfront, bewegt sich aber nicht großartig. Und der Regen wird auch nicht allzu viel sein. Über der Mitte scheint weiterhin die Sonne. Im Laufe des Nachmittags kommen in erster Linie Wolken voran. Folgen einzelne Schauer, wird aber nicht viel nass geben. Und nach Süden hin lockert es dann auch gelegentlich auf. Vor allen Dingen Richtung südliches Baden-Württemberg wird es freundlich und sonnig. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf. Meist 15 bis 19 Grad. 20 Grad in der Lausitz, Neckar entlang und am Oberrhein. Der Wind dazu meist schwach aus südwestlichen Richtungen. Richtung Nordsee liegt da ein bisschen zu. Da im Mittelwind Stärke 5. Und dann kommt das nächste Frontensystem am Mittwoch. Etwas kräftigerer Regen dann im Norden und Westen. Nach Süden und Osten hin recht freundlich. Und bis zu 21 Grad. Am Donnerstag dann überall zum Teil kräftiger Regen. Einzelne Gewitter sind eingelagert. Temperaturen hinter der Front nur noch 14 Grad. Davor wird es nochmal warm mit bis zu 20 Grad. Schönen Abend im Ersten. Du wirst es da voll und gutsetilend. Aber gleich Pit ist ja nicht übersprundlich. Wir kennen.